So Leute, willkommen, weiter geht's mit Shakes and Fidget Let's Play, die gepflegte Browser-Unterhaltung für den schönen Abend und zwar sind wir gerade auf Zimmer 2, United Kingdom und ich bin gerade etwas aus der Puste, da ich ziemlich schnell die Tab hochgerannt bin. Es tut mir leid, deswegen werde ich mir erstmal einen Schluck gönnen. Ist das nicht schön, wenn man so ein großes Mikrofon hat, wo man alles hört, sogar wenn ich jetzt hier rumfurzeln würde, würde ich das Ganze im Let's Play hören. Warum? Weil das Mikro so dick ist. Nein, war zu empfindlich jetzt. Das stört manchmal, weil wenn ich jetzt auf die Tastatur ein bisschen rumwische, das hört man alles und die Maus klicke, hört man auch alle. Na ja, so ein großes Mikrofon hat Vorteile, aber auch Nachteile. Na ja, kommen wir zu Shakes and Fidget, gerade auf Server 2, United Kingdom, England. Da läuft das Ganze noch 20 Sekunden, dann ist es hier vorbei und wie man sieht, ist hier gerade das Sautreiben am Start. Wir gehen auf den Charakter, so sieht das zur Zeit aus. Zuschauer LP, die Zuschauer, ich bin Stufe 27, habe erst sieben Dungeon Etagen. Etagen, nicht Tage. Ja, ich bin blöd. Etagen heißt es natürlich und nicht Tage. Und da ist die Quest vorbei. Ich kann sie wenden und bekomme 14 Gold und mein Sammelalbum ist inzwischen auf 28,35%. Ja, Server 22 gehen wir auch gleich, wir machen aber erst Server 2 hier fertig. Ich gehe mal auf die Post, da habe ich etwas bekommen, welche haben wir gefragt wegen Offi und so weiter. Ich habe alle eingeladen, die irgendwie rausgekickt wurden, warum auch immer. In der Gilde habe ich am meisten Gold gespendet, juhu. Bin am höchsten vom Level auch, juhu. Und irgendwie wollen die Leute den Invite nicht annehmen. Die wollen alle den Invite, aber nehmen sie nicht an. Na ja, schade. Und da, deswegen, weil ich so viel Gold schon gespendet habe und hier alles wieder ausgebaut habe, wie man auch sieht, habe ich mir gedacht, dass ich erstmal etwas skille. Das habe ich schon gemacht. Ich habe in Stärke und in Ausdauer etwas geskillt, etwas mehr in Stärke. Ja, für Ausdauer war nicht ganz so viel Gold mehr über. Ich habe einen Epic hier. Oh, ich habe einen Epic. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, die Dungeons zu machen. Fangen wir an mit dem Yeti. Mit Knochen in der Hand. Hä? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Den sollten wir wohl schaffen. Der ist 24. Und, äh, er fällt nicht. Er fällt immer noch nicht. Und da fällt er. Ziemlich knapp. Sehr, sehr knapp. Warum ist denn das so knapp? Na gut, der hat voll viel Stärke eigentlich und auch Ausdauer. Naja. Was ist hier so? Der Skelettkrieger schaffen wir den schon. Der ist Stufe 26. Der sollte eigentlich auch drin sein. Obwohl der wieder mehr Stärke hat. Und mehr Ausdauer. Na, das könnte jetzt ein bisschen härter werden. Und der will nicht. Nee, der will nicht. Das gefällt mir nicht. Was ist mit dem Skelett? Wird das Skelett umfallen? Das ist auch wieder ein Stärkegegner. Nee, wird auch nicht umfallen. Also ich muss sagen, irgendwie kommt mir so vor, als ist das ziemlich, oder beziehungsweise etwas schwieriger mit dem Krieger, die Dungeons zu machen. Fällt mir gerade so auf. Im Waffenladen schaue ich mal, ob es da noch was Tolles gibt. Vielleicht womit wir weiterkommen. Aber hier Ausdauer. Glücksschild. Ein Glücksschild. Jawohl. Brauchen wir. Ein Glücksschild auf jeden Fall. Ausdauer. Nein, da habe ich mein Epic. Ich könnte vielleicht mal ein-, zweimal Blättern für Tränke vielleicht. Und zwar hier zum Beispiel einen Geschickdrang, den ich nicht brauche. Ich brauche doch jetzt Stärke. Hallo, ich brauche jetzt Stärke. Ich brauche jetzt Stärke und kein Glück. Oder kein Geschick. Glück brauchen wir allgemein nie. Aber ich brauche jetzt Stärke und kein Geschicklichkeit. Oh Mann, ey, hier. Ach, komm. Ja, natürlich. Also ich will jetzt keine 15 Pilze dafür ausgeben. Das ist mir viel zu teuer. Ne. Waffenladen. Gibt es da noch was Tolles? Einmal Blättern bitte. Geschickt natürlich. Oh, Stärke 38. Oh, ich habe da... Oh mein Gott, das ist ja wesentlich besser. Und ich habe keinen Gold mehr, weil ich alles für Skillen ausgegeben habe. Ach, diesen Fehler mache ich so oft. Egal, ich mache da eine Quest weiter in der Zeit. Was ist das für eine Halskette? Eine behinderte Halskette. Aber dass die Quest die am meisten Erfahrung bringt. Mann, Mann, Mann. Und natürlich mit so einem Crap-Item. Egal. Ich will es auch nicht überspringen. Wir gehen auf Server 22. Wo ich die Quest auch beendet gerade habe. Ich bin Stufe oder Level 144. Ich habe mein Sammelalbum mal wieder sehr schön gepflegt. Ja, ich habe jetzt 82,41. Und dann, wie gesagt, am Ende der Woche möchte ich sehr gerne die 90% haben. Ob ich das schaffe, mal schauen. Heute ist ja Mittwoch. Übrigens ist morgen ein Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Beziehungsweise in den ganzen mehr südlichen Bundesländern sind ganz viele Feiertage. Beziehungsweise ist ein Feiertag. Natürlich bei uns nicht. Wer hätte das denn erwartet? Naja. Was wollte ich nun machen? Ach ja, ich habe was entdeckt. Und zwar im Waffenland. Und zwar ein Epik habe ich abblättert. Indem ich zweimal geblättert habe, kam dieses Epik hier. Das kaufe ich mir natürlich. Ist ziemlich gut eigentlich. Alle Attribute. Ich habe ja gar kein Epik mehr an. Glaube ich. Doch eins habe ich noch an. Ja, zwei. Auch alle Attribute. Das ist ja eh Wayne. Wayne, Wayne, Wayne. Und ist noch was Gutes dazugekommen. Nein. Den Rest brauche ich nicht. Im Zauberlame habe ich auch schon geguckt. Da gibt es auch nichts mehr. Ich habe einen neuen Ring gefunden hier. Und was habe ich noch? Einen neuen Helm. Genau. Bei dem zweimal oder dreimal Blättern habe ich die Sachen gefunden. Dann gehen wir mal aufs Klo. Denn ich muss ziemlich dringend gerade. Und zwar werfen wir da dann die Stiefel einfach mal rein. So. Die sind dann auch weg. Das kann weg. Das habe ich durch eine Quest bekommen. Tschüss. Was ist mit diesem Ding hier. Die Antils behalte ich noch. Vielleicht kann ich die. Oder werde ich morgen ins Klo schmeißen. Eines davon. Mal schauen. Und ich habe gehört, dass alle gesagt haben wegen der Levelbremse. Ich sollte mir einfach keine Dungeons aufbewahren. Denn die Levelbremse ist sowas von low. Auf diesem Bereich. Dass man sie fast gar nicht spürt. Deswegen sollte ich die Dungeons einfach machen. Und das ist eh scheißegal. Deswegen könnte ich eigentlich skillen. Denn die Gildenkasse ist mal wieder voll wie immer. Voll bis oben hin. Bis zum Anschlag. Ich nicht spenden darf. Nein, nein. Und in 20 Sekunden ist bei Server 2 das Ganze beendet. Egal. Ich werde da mal auf den Dungeon gehen und eins hier versuchen. Vielleicht die Benchy mal. Mit einem kostenlosen Versuch. Ist immer gut. Ist ja kostenlos. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt sieht es schlecht aus. Ja, jetzt sieht es sehr schlecht aus. Aber davor sah es ziemlich gut aus. Jetzt sieht es wieder noch schlechter aus. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Und... Ach Gott, ich dachte schon ein Epic-Bogen. Ein Ausdauer-Bogen. Und man, Stufe 145. Sammle aber nichts passiert. Das Ding hat... Oh, Server 2 beendet. Eben schnell hingehen. Gegen den Alien hier. Oh, 28.4.1. Und dann eben ein Schlückchen trinken. Ein Bierchen zu mich nehmen. Und dann ich den ersten Quest annehmen. Ähm... 4600. Hätte das Ding hier im Vergleich. Aber da die Quest so groß ist, nehme ich das mal. 10 Minuten Quest. Egal. Und dann versuchen wir hier nochmal einen Dungeon. Vielleicht mal hier die Mod-Maschine. Wenn ich die schaffe, bekomme ich hier auch so 100% ein Epic. Und der D ist noch ziemlich stark. Versuche ich den ersten. Oh, das Spiegelbild ist das ja jetzt. Schaffe ich das Spiegelbild? Boah! 3732 HP. Ja, und ich bekomme ein Glücksepik. Juhu! Ich habe ein Glücksepik. Danke, Spiel. Kann ich ja gut gebrauchen, dieses Glücksepik. Epik. Das kommt auf diesen Slot, denn das wieder ein nächstes ins Klo wandern. Da gehört es auch hin. Und ich habe die Pyramide des Wahnsinns bewältigt. Stufe Etage 10. Oh, meine Fresse. Ich bin immer noch Stufe 145. Habe fast noch ein Level-Up bekommen. Nochmal ein paar Mal die Mod-Maschine jetzt vielleicht versuchen. Okay, das war ein guter Try. Das war ein schlechter Try. Das war ein Down-Try. Oh Gott. Ein Ring mit 740 Glück? Das Spiel bist du dich gerade verarscht oder was? 146. Echt, das ist doch wieder so lächerlich, was ich für Items bekomme. Das kannst du echt vergessen hier. Dann verkaufen wir das mal hier, damit das wegkommt. Das ist ziemlich teuer eigentlich hier, damit ich wieder ein Slot frei habe. Und jetzt habe ich alle dankend fertig. Jetzt habe ich mir automatisch der Neste zugewiesen. Also habe quasi jetzt keine Auswahl mehr, sondern kann nur noch diesen hier angreifen. Ja, dann bin ich jetzt in der Schwarzschädelfestung Etage 1 von 10. Was kann der denn so? Der hat 3940 Geschick. Der ist böse. 3660 Ausdauer. Aua. Was geht mit denen denn ab? Wenn ich vielleicht jetzt mal hier das anziehe, bereißt das was? Ich glaube es irgendwie nicht. Ja gut, etwas aber irgendwie ist der, der will nicht. Der hat voll viel AP. Nein, ich werde keine Pilze mehr verschwenden. Das wird nichts. Ja gut, ich habe jetzt zwei Level fast gemacht. 146, dann ja gut. Erfahrung ist Erfahrung. Und dann werde ich das Item wieder wechseln. Dies und an dieser Stelle beende ich das LP. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mir freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.